Die Bahnbreite der Kompetenzen, die über My-Tiple-Choice-Fragen überprüft werden können, ist recht groß. Sie reicht prinzipiell von der Abfrage von Faktenwissen und geht bis zur Entwicklung neuer Problemlösungen. My-Tiple-Choice-Prüfungen haben aber leider oft zu Unrecht den schlechten Ruf und Quick und Easy, weil sie automatisch ausgewertet werden. Die Prüfungserstellung und damit die Konstruktion von wirklich guten My-Tiple-Choice-Fragen ist aber eigentlich ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, vor allem für komplexere Wissensniveaus. Damit My-Tiple-Choice-Tests gültige und zuverlässige Ergebnisse über die Leistungen der Studierenden liefern, sind qualitativ hochwertige My-Tiple-Choice-Fragen notwendig. Abhängig von dem zu überprüfenden Lernziel bzw. von der Kompetenz, die geprüft werden soll, können unterschiedliche Fragentypen sinnvoll sein. Welche Fragentypen gibt es also? Single, My-Tiple-Choice und Zuordnungsfragen sind Fragetypen nach dem Prinzip beste Antwort. Das heißt, dass zu jeder Frage die Anzahl der auszuwählenden Antworten angegeben wird. Beste Antworttypen eignen sich also besonders bei komplexeren Lernzielen. Dann gibt es noch die richtig-falsch-Typen. Das heißt, dass für jede einzelne Antwortoption eine Ja- oder eine Nein-Entscheidung getroffen werden muss. Diese Fragetypen eignen sich eher für die Überprüfung von Faktenwissen. Es darf nicht vergessen werden, dass eine Prüfung ein diagnostisches Messinstrument ist. Das heißt, dieses Instrument sollte eine aussagekräftige Einschätzung darüber ermöglichen, inwieweit das formulierte Lernziel von den Lernenden auch erreicht wurde. Am Anfang steht daher immer die Fragenbogen-Konstruktion. Hier geht es um die Fragenentwicklung, das heißt um die Formulierung der einzelnen My-Tiple-Choice-Fragen und die Auswahl und Zusammenstellung der Einzelfragen zum gesamten Test. Bevor man jedoch mit der Erstellung der Fragen beginnt, sollte immer ein Blueprint erstellt werden. Dazu listet man zuerst die Lerninhalte der einzelnen Veranstaltungen auf. Damit verbunden ist wiederum die Bestimmung der Lernziel-Taxonomie-Stufen, die die Lernenden für den jeweiligen Lerninhalt erreichen sollen. Als nächstes werden die Themen nach ihrer Bedeutung gewichtet. Das bedeutet, dass bestimmt wird, welchen prozentualen Anteil ein Thema am gesamten Prüfungsumfang einnehmen soll. Abhängig von der geplanten Gesamtzahl an Fragen ergibt sich somit die Anzahl an Fragen, die zu einem Themenbereich gestellt werden sollen. Wenn der Blueprint steht, können die My-Tiple-Choice-Fragen formuliert werden. Gute My-Tiple-Choice-Fragen sollten folgendermaßen aufgebaut sein. Es gibt einen Fragenstamm, der die Aufgabe, Frage und Problembeschreibung enthält. Die Aufgabenstellung sollte hier möglichst problem- und anwendungsorientiert formuliert sein. Das hebt nämlich die Taxonomiestufe an, von Wissen auf Verstehen analysieren und sorgt zudem für eine gute Trennschärfe. Das bedeutet, Wissende Lernende von Unwissenden zu unterscheiden. Alle relevanten Informationen sind in der Aufgaben Formulierung und nicht in den Antwortoptionen zu finden. Während der Fragenstamm möglichst ausführlich ist, sollten die Antworten dagegen aber eher kurz und übersichtlich sein. Dabei helfen für die Formulierung von Falschantworten den sogenannten Distraktoren häufige Fehlmeinungen, falsche Konzepte oder veraltete Ansichten aus offenen Fragenstunden und Diskussionen mit den Lernenden. Es sollen nur so viele Antworten angeboten werden, wie sich plausible Optionen finden lassen. Die Empfehlung liegt hier bei vier Antwortoptionen, die sich als besonders messgenau herausgestellt haben. Mein letzter Tipp ist also, die Frage ist dann gut formuliert, wenn sie ohne vorgegebene Antworten beantwortet werden kann.